Jetzt brauchen wir noch viermal mal Relietert für den Giftwiderstand. Wir können auf Verteidigungsboost gehen tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass wir so viel kriegen. Why not? Wir könnten eine richtige Tankrüstung draus machen. Wir sehen schon ein bisschen tanky aus, ne? Bis auf unseren Arsch. Äh, wir können eine Quest bekannt machen. Wir könnten jetzt die Dings-Quest machen. Ah, es ist beides im Wildturm. Nice. Machen wir erstmal die Kammer-Quest. Ja, dann machen wir die Fisch-Quest. Die Kammer-Ager-Quest brauchen wir keinen Angriffs-Booster, sonst ist das vollkommen egal. Wir legen noch schneidendes Zeug ab. Gerade zum Beispiel die Blips-Bomben, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt dabei. Gerade ist, dass man die Katzenrüstung nicht verbessern kann. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das wird es einfach zu OP machen. So, 14. Aha. Wir brauchen 5 Rüstkugeln, damit wir das vollständig verbessern können. Okay. Okay. Gut zu wissen. Kann man die Barot-Rüstung, die Barot-Waffe schmieden? Okay. Und jetzt fehlt ein Rückgrat. Äh, äh, äh. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir Korallen-Dings. Ach, Scheiß drauf, Alter. Scheiß. Äh. Warum brauchen wir das? Ach, Gott. Gibt es eigentlich so viele Gift-Monster? Rathian hat Gift, die hat einen Gift-Widerstand. Große Rathian hat Gift-Widerstand. Ich glaube Walhasak hat einen Gift-Widerstand. Wobei ich glaube ich gegen Walhasak würde ich eher gerne Lebung nehmen. Weißt du, was die beste Rüstung für Trimling gewesen wäre? Eine der Insektenrüstung. Das wäre die beste Rüstung für Trimling. Aber naja. Ist halt, ähm, das Glückrad. Weil das nächste ist nicht besser. Auch wenn es mal für die Rüstung passt. Äh, für die Waffe passt. Herrschneiderweise. Warte, wir haben Flora. Zwei. 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 Dann haben wir die Rüstung komplett und dann brauchen wir bloß noch sie hochgrinden. Warum glaube ich denn hier lang? Wie lost möchte man sein? Ja. 2 brauchten wir noch, ne? Ja, 2 brauchen wir noch. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Hat was. Wenn die Stats nicht so scheiße, wäre es ein bisschen mehr was. Nichts. Neues. Schnurr-Truppler zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden wäre. Aber ja, willkommen. Ich meine, du hast, du wirst keine spannende Aufgabe haben, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber egal. Das wird genau eins. Ja, vielleicht kriegen wir eins nach der Quest. Ich bezweifle es ein bisschen, aber egal. Schauen wir mal. Ah, Rainer, wir könnten auch schnell da lang gehen. Da lang. Wollen wir dann loslegen. Bei hier unten gibt es ja nochmal was zum Abbauen. Natürlich. Warum sollten wir es auch bekommen? Okay. Come on. Mobbing. Hier sind Steine. Wo sind Steine? Steine. 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 Da sind sie. Er ist tot. Gut. Zwei. Zwei. Ne. Nächste. Da ist noch einer, da ist noch einer, hinten spawnt einer. An der Wand nicht noch einer irgendwo? Nö. Hm. Ich weiß gar nicht, dass die mal runterkommen. Schneemauer-Krecher gerne. Den brauchen wir nämlich noch. Ja. 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 Ich weiß nicht mal, dass die mal wirklich runterkommen. Sonst waren die halt irgendwo oben, deswegen wundert mich das gerade. Ach Gott, es ist da. Hm. Hups. Irgendwo waren hier doch noch welche. Weird. Ja, aber nur seltsam. Statt's nur die ganze Zeit, naja, kurz egal. Was ist da, da hinten ist noch einer. Äh. Hm. Am. Oh. I. Er sagt sowas vom Tod. Jawohl... Boah, boah! Flugdrachenlägerhaut. Nein! Nein! Die offensesursachenất! ja wenn die scheiß lederhaut ich glaube ich mag die englische stimme der experte nicht die so so ungefähr belastend wirklich kein maschelieder auch wenn man vielleicht haben die katzen was vielleicht haben die katzen was also wir haben wir haben auch noch perfekt damit aber das letzte teil bouillon fleisch soll ich mir gedanken machen dass das von insekten kommt oh gotti dieses dieses ja ja lass mich erst mal meine rüsten verbessern hier man warte wald kann man nicht machen es ist viel zu viel was ich machen soll dafür es macht keinen sinn das zu machen es macht keinen sinn dies zu tun für diese anforderungen ausrüstung verbessern die handschuhe nice schmied mir noch die letzte rüstung das letzte rüstungsteil den gürtel damit sind wir komplett schön sehen wir doch aus schön gepanzert hat was so wunderbar nice so was wir jetzt noch machen ist wir nehmen die nächste wildtour wildnis quest an jetzt können wir uns ja ein bisschen beeilen gott sei dank gott sei dank jetzt müssen wir ja nicht mehr unnötig jetzt müssen wir nicht mehr unnötig grinden das da sind wir uns ja jetzt entgegen gekommen damit das nächste sind fische fische sind freunde kein futter haben wir denn mal das amulett gekriegt ich glaube nach radobahn ich glaube nach radobahn haben wir das amulett gekriegt warum dauert das so lange alles Leute was könnt ihr euch tun gut zu sehen gut zu sehen gut zu sehen fangen einen kulu ja das könnte man auch machen wenn wir wieder fangenquests haben wie gesagt sollte eine quest fehlschlagen zählt das nicht als rib dann waren wir einfach nur zu inkompetent diese mission abzuschließen ich weiß nicht ob das eine beleidigung und kompliment für mich sein soll wahrscheinlich mehr beleidigung gut nächstes teil zum verstärken sind ist wahrscheinlich der gürtel und wir brauchen das nur zehn rüstkugeln wenn ich mich richtig erinnere weil wir sind auf einem guten weg dahin ich glaube die giftwaffe können wir zu ratten waffe verbessern wenn ich mich richtig erinnere nicht schlecht wäre es wenn wir wirklich wenn wir wirklich gegen dings zwei hatten wollen gegen anja sollte mir nicht mit großwert spiel gerade sollte ich nicht großwert spielen 6 das waren die fische Tja, solche Quests gehen halt schnell. Naja, Gaio-Sachen brauchen wir hauptsächlich für Jura-Sachen. Verstandlicherweise. Alter, Monster Hunter 3 Ultimate und No-Death wird's, das wird eine Qual. Oh Gott. Ich glaube, bevor wir das machen, Monster Hunter 3 Ultimate nur mit Leder. Let's go, habe ich gehört. Ich muss das auch nicht zweimal öffnen. Und hier wieder einer Easy-Russkugel abgestaubt. Nice. Wir könnten eigentlich mal wieder ein Rennspiel spielen, ne? Nachdem... Was haben wir gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht können wir da rein schauen. Was war so ein MMO-Type-Game? Ich hätte mal wieder... Ich hätte mal ein Rennspiel mit Story so ein bisschen. Gut, Needless Speed Payback wäre was, aber ich weiß nicht. Payback hat sich so scheiße angefühlt, vor allem das Driften. Oh, du bist zu gut für mich. Ich glaube, wir sind bei 4 und 2 in welcher Flora können wir machen. Keine Monster können wir auch machen. Keine Monster noch mal. Käfer. Ja. Hm. Ich glaube, wir haben noch Vesperiden-Quest, ne? Lass mal kurz gucken. Wenn wir die jetzt im Wildturm haben, wäre das noch besser. Weiter weit. Schade im alten Wald. Schade, schade Schokolade. Hätte ja klappen können. Macht nichts, dann nehmen wir einfach die Quest nochmal so an. Mit Leermarken kann man nicht arbeiten. Das stimmt. So halbwegs. Also wir haben hier noch was. Aber ich glaube, das nächste ist einfach nur... Ja, das ist die Quest. Nächste ist einfach nur die Pilze. Ja. Ja.